soll ich dir auch solche blümchen aufs motorrad machen in pink aber okay alter alter da wollte ich mal so eine beauty vloggerin begrüßung machen da geht meine stimme komplett ab alter das geht ja gar nicht und willkommen zu einem weiteren video wir fahren ich und kim kim hallo ja wir fahren jetzt wieder zusammen hier spielefeld durch aber ich muss noch könnte auszüge holen und da hier eine super tolle mega geile volksbank ist werde ich mir hier direkt snacken gehen so richtig easy snack komm 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 fahrt durch herkommen komm 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 let's go let's go let's go jetzt muss ich jetzt richtig den übelsten turn machen eingeparkt ja was machen sie jetzt der will raus will er noch ein stück zurück kein problem kein problem alles gut alles gut mein bester dann zeige ich ihm nicht alles gut was sind das für steine alter wenn du deinen ständer hier in die rille reinpackst dann bist du ripp bist du ripp hallo ist das nicht ein schönes motorrad warte sie hat musik ist das nicht ein schönes motorrad wundervoll trotz sein kabel rumflattern ich kann mir da auch nicht die handschuhe machen es dass ich den da um dich mit helm kann ich da nicht rein oder mit helm in der bank ist nicht so cool oder okay dann sehen wir uns gleich wenn es weitergeht leute was ja marco überfällt ja marco überfällt bank okay wir sehen uns gleich leute ha da sind wir wieder haben schon ein bisschen angezogen werden die sind so schwer anzuziehen aber die sind so bequem wenn die erstmal an sind qualität von henkel maika macht das würstchen da habe ich schon Müll ich muss von hier alter die war so schön sauber die scheiß fliegen machen mein motorrad dreckig ich bin ein fliegenmörder ich würde gerne wissen wie viele fliegen ich schon auf dem gewissen habe beim motorrad fahren einiger mal weniger hallo hallo sagt sie hallo ja ja sein sound wie von einem gott geschenken im wesen ja hallo hallo er guckte mich einfach an und denkt sich ja ach so wir müssen nach bielefeld weil kim braucht ein neues ladekabel für neues ladekabel um handy zu laden so was ist ja was ich mein neues ladekabel um handy zu laden nein ich lade meine handys eigentlich immer ohne ladekabel ich lade die über infrarot alter immer auf zum müll zu labern ok ja auf jeden fall deswegen müssen wir nach bielefeld in die city wisst ihr was mir gerade auffällt wieso sind kim und ich überhaupt so blöd und fahren samstags in die scheiß stadt raus und der junge willi raus und nickt mir gelingt zu ja nice wenn ihr das video seht leute grüße gehen raus an euch grüß dich oh mein gott ich hasse stadtverkehr ne also alles so voll und langsam die kam bestimmt gerade hier vom teutow schön downhill oder so also so ein bisschen da teutow rum ballern ich weiß nicht inwiefern man das da machen kann keine ahnung ist nicht so meine region mein hobby ist was anderes ey ich bin zu faul ach da ist die alter ich guck gerade in den spiegel ne guck mal in den spiegel da sieht man nur diesen den roten passat oder was ist das und dann dachte ich wo ist kim wo ist kim und dann ist sie neben mir dann ist sie einfach neben mir das ist echt verwirrend kim fährt immer so im toten winkel so ich glaube sie mag das irgendwie im toten winkel rumzugeiern also solltet ihr jemals mit kim fahren passt auf sie versteckt sich gerne im toten winkel ah nein arminia spielt auch oder was oder hat gespielt ich sehe gar die ganzen arminien fans hier die sind aber am zurücklaufen also ich glaube arminia hat gespielt das wird sein wir sind aber auch komplett blöd ne wir fahren samstags in die stadt und arminia hat gespielt alter wir sind so schlau die wheelie boys waren krass oder die wheelie boys oder der wheelie boy die polizei also ganz langsam fahren ganz langsam und niedertourig damit ich bloß nicht laut bin undercover ich kann mir keine polizeikontrolle erlauben keine gefangenen kameraden alter und welchen game ist das von call of duty modern warfare ja das wird es gewesen sein ist das warm ist ja gar nicht voll oder so gar kein stau am start schöne maschine ich hatte das zu spät gesehen so wie fahren wir am besten wir müssen wollen zu saturn und da das ladekabel kaufen wie fahren wir am besten zu saturn also ich hoppala alter voll abgelenkt am besten da vorne gleich an der ist das volksbank oder an dem bäcker wie auch immer irgendwas ne volksbank an der volksbank links dann unter den ostwestfalen alter sowieso 99% wissen sowieso nicht wovon ich rede in dem video warum rede ich überhaupt darüber ja ich werde den weg schon finden wenn Kim im toten winkel fährt dann sieht sie meinen blinker nie das ist nämlich miese miese muss ich jetzt zeigen sie hat nämlich nicht direkt geblinkt das wird so voll sein bei saturn 100% ey das wird so voll sein bei saturn was für ein fischkopf alter herzlichen glückwunsch eine person ist über die ampel gefahren war schön am handy das hat man richtig gesehen die grünphase war auch ziemlich kurz manchmal denke ich du bist schwerhörig mein gott alter immer nur musikrun guck da rüber ja wenn Leute mich angucken wie ich fische dann muss ich natürlich winken du 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 alter so voll oh oh die kacken uns gleich auf den kopf alter die kacken dir gleich auf den kopf die kacken dir gleich auf den kopf ich bin so totlachen ich bin so totlachen alter muss man echt angst haben ey guckt euch das an kein vorbild don't text and drive ja dann verstehe ich mich jetzt hi hey das schicke ich deinen eltern hast kein schiss abbekommen wurdest du nicht angekackt so richtig schön der knieschleifer geht ab ach du heilige kacke das ist hier gerade mich bist du gerade hier die ist gerade hinten ey die fickt meinen reifen ich würde ja jetzt alleine würde ich filtern aber das will ich krimmlich zumuten oder selbst Fahrradfahrer filtern hier schon was sagst du ich wollte gerade zeigen dass du hier hinkommen sollst ein bisschen zauberer oh warte ich blinke noch wollen wir vorbeifahren oder nicht egal ja das geht schon besser so können wir doch bestimmt reinfahren irgendwie und uns da irgendwo hinstellen einfach beschissen beschissen hinstellen ist meine kunst ähm der steht ja noch beschissener als wir stellen wir uns da zu dem roller super stehen wir hier so schön breit gemacht hier guck mal wir haben es gar nicht so weit wir haben es halt überhaupt nicht weit ich kann doch nur von rechts von links so jetzt geht's in die Stadt hallo Freunde soll ich dir auch solche Blümchen aufs Motorrad machen in pink aber in pink aber okay wir sehen uns gleich wir sehen uns gleich oder hau mal auf die Kamera hallo da sind wir wieder wir haben ein Ladekabel gefunden weil wir so tollen Jungs und Mädels sind also ich schiebe jetzt rückwärts und dann kriegst du das hin oder soll ich dich ziehen? was? kriegst du das hin? was? was? kriegst du das hin? oh mein stiller ist noch draußen so hinbekommen wir das auch ha 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 das gefällt mir sick alter das heilt so porno oh die hat da vorüber gehen ok ich dachte die wollen aber auf der Straße die will den Freitod die nimmt den Freitod in Kauf so wir sind ja jetzt auf dem Rückweg ein kurzes knappes Video was? du musst tanken? ja machen wir gleich ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn das der Fall ist lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten beim nächsten Abbürger tschüssi 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 habt ihr das Isma passiert schon wiedergegeben? ne haha jahú ja gut tschüssi tschüssi tschüssi